Ich bin hier mal Marco und Marco kann mir im Prinzip eigentlich alles über ESA Aerospace erzählen, weil du bist von Anfang an dabei. Richtig. Wir hatten vorhin ein bisschen schon gequatscht. Du bist eigentlich einer der allerersten, die hier angefangen haben, die noch ehrenamtlich im Prinzip gearbeitet haben. Was ist jetzt deine Funktion hier bei ESA Aerospace? Heute bin ich Vice President Launch Vehicle, heißt meine Abteilung entwickelt alles auf dieser Rakete, was kein Triebwerk ist oder Elektronik oder Software. Sprich, wir sind verantwortlich für das Gesamtsystem an sich und die Integration von dem System, für die gesamte Strukturentwicklung, für das ganze Fluid-System an Bord, aber auch für Geschichten wie zum Beispiel Flugsicherheit und Flight Termination System, welches das System ist, was man niemals benutzen will. Struktur ist so ein bisschen der richtige Punkt. Das soll ins Weltall fliegen. Richtig. Also das ist Flight Hardware, ne? Das ist Flight Hardware. Also die Nutzlastverkleidung, die wir hier sehen, das im Prinzip gibt auch schon so ein Gefühl dafür, wie groß euer Launcher insgesamt ist. Also das ist nur das Teil, was die Nutzlast schützt. Genau. Und das sieht hier so nach Kork aus. Ist das Kork? Das ist unschwer zu erkennen. Ist tatsächlich immer noch in dem Fall ein Hitzeschild für diese Nutzlastverkleidung. Die wird nämlich verdammt warm. Wenn im Aufstieg, wenn wir supersonische Geschwindigkeiten aufnehmen, einfach durch diesen Luftwiderstand wird das verdammt warm. Und wir wollen natürlich unser Nutzlast schützen vor dieser Hitze. Deswegen, Kork, das leitet Wärme quasi überhaupt nicht. Klingt vielleicht wie ziemlich low-tech, um das auf einer Rakete zu verwenden. Ist aber tatsächlich sehr, sehr gängig für so Hitzeschilder auch in der Raumfahrt noch. Und ich durfte eben schon mal eins anheben. Das darf ich jetzt wahrscheinlich bei der Kamera nicht machen oder so. Aber ich kann euch sagen, es ist abgefahren leicht. Also wir beide könnten das an beiden Enden nehmen und einmal heben, wäre gar kein Problem. Wie schon gesagt, ihr geht auf einen Launch. Deshalb sehen wir auch Flughardware. Es liegen noch ein paar andere Sachen hier rum, die auch mit in den Orbit fliegen werden. Was sind noch die größten Herausforderungen, die jetzt auf euch warten bis zum Start? Die größten Herausforderungen sind eigentlich wirklich die integrierten Tests. Also wir haben alle Systeme soweit durchdesignt, durchentwickelt, durchgetestet. Und auf zuerst, ich sag mal, wirklich Subscale-Ebene, sprich in reduziertem Maßstab oder auch einfach nur kleine Materialtests. Dann gehst du zu Fullscale-Tests in der richtigen Größe, dann in relevante Konditionen. Sprich, wenn du einen Treibstofftank hast mit den entsprechenden tief, kalten Flüssigkeiten und den Drücken immer noch auf Komponentenebene. Und dann fängst du an, das alles zu integrieren, zusammenzubauen, die Systeme miteinander arbeiten zu lassen. Dass das Zusammenspiel alles passt und dass sich das eingroovt sozusagen. Und das ist tatsächlich momentan die Herausforderung, vor der wir noch stehen, diese integrierten Systeme final zum Laufen zu bringen. Weil das am Ende doch extrem schwierig ist, das alles aufeinander abzustimmen. Und es gibt auch Teile auf dieser Rakete, die kannst du am Boden überhaupt nicht testen. Das werden wir erst mit unserem ersten Flug sehen, wie das im Real Life funktioniert. Und das ist die große Challenge, das gut genug am Boden schon abschätzen zu können, einschätzen zu können, analysieren, simulieren, testen, was geht. Und dann in dem Flug maximale Erfolgschancen zu haben. Und danach wissen wir, ob es wirklich funktioniert hat. Ich war total beeindruckt vorhin in der Präsentation, dass ihr hier wirklich eigentlich versucht, alles in-house zu machen. Das heißt wirklich, ich habe Platinen gesehen, also wirklich von kleinsten Teilen bis großen Bauteilen wie Strukturbauerteilen wie Tanks und so. Das macht ihr alles hier super abgefahren. Und wahrscheinlich, wir sind so ein bisschen gerade sensibilisiert, was Lieferketten angeht, wahrscheinlich aktuell absolut die richtige Strategie gewesen. Jetzt ist so die Frage, du hast ja auch Luft- und Raumfahrttechnik studiert, viele Sachen, Raketen bauen macht man ja schon eine ganze Zeit lang. Muss man bei allem das Rad neu erfinden oder beziehungsweise ist es im Prinzip, dass man sich gut angucken kann, was es historisch gibt und wir machen das aber halt hier in den Hallen bei Isar Aerospace? Ja, also ich würde sagen, auf gar keinen Fall das Rad neu erfinden. Das klingt jetzt vielleicht nicht ganz so innovativ, wie man das von einem Startup immer hören will. Aber es gibt gewisse Dinge, die werden seit den 60ern auf eine gewisse Art und Weise gebaut und es gibt einen guten Grund dafür. Und man sollte nicht von den ganz etablierten Konzepten abweichen, aber in gewisse Themen dann eintauchen und da einfach die neuen Technologien einsetzen. So wie wir das tun zum Beispiel mit Additive Manufacturing. Das ist eine Technologie, die gibt es noch nicht so lange. Die lässt sich gerade in der Raumfahrt anwenden in Bereichen, wo die konventionelle Technologie einfach sehr lange Durchlaufzeiten hat, sehr teuer ist. Du brauchst Jahre, um ein Triebwerk zu bauen, wo du mit Additive Manufacturing, so wie wir das machen, das auf wenige Wochen reduzieren kannst. Genauso auch CFK als Werkstoff, was wir sehr stark einsetzen für unsere Strukturen, die einfach, gerade was die Möglichkeiten im Leichtbau angeht, Metallen deutlich überlegen sind. Und das sind Technologien, die gibt es schon länger, haben sich aber in der Raumfahrt noch nicht etabliert und da muss man reingehen. Solche Technologien einführen und damit das, was sich schon seit den 60ern etabliert hat, nicht neu zu erfinden, aber, ich will jetzt nicht sagen revolutionieren, aber einfach auf den aktuellen Stand der Technik zu heben und damit irgendwie die Industrie auf einen neuen Level zu bringen. Vielleicht sowas so seit den 60er Jahren an Physik herausgefunden wurde und dann aber schauen, in welcher Zeit die Physik ändert sich nicht und dann aber was haben wir vielleicht in einem neuen Toolkit zur Hand. Kohlephase, du hast gesagt, ich sag mal, die etablierte Luft- und Raumfahrtindustrie sitzt eigentlich eher auf Aluminium, so bei den Raketen zum Beispiel. Ich muss sagen, ich war beim CFK sehr, sehr kritisch, was Raketen angeht und war positiv überrascht, dass es da in Neuseeland eine Firma gab, die dann sogar fast alles aus Kohlephase gemacht hat und die im Prinzip eigentlich auch bewiesen haben, ey, das kann man machen und das funktioniert auch. Bei euch ist alles ein bisschen größer, sage ich jetzt mal. Was sind da so die größten Herausforderungen, die ihr vielleicht mit dem Bau- oder dem Werkstoff-CFK bei so einer Rakete habt? Gar nicht mal die Größe. CFK ist tatsächlich sehr gut skalierbar. Nicht nur in der Größe der Strukturen, sondern auch zum Beispiel in der Menge, was du produzieren willst. Dadurch, dass wir zumindest bei uns die CFK-Produktion sehr stark automatisieren, können wir relativ einfach, indem wir unsere Werkzeuge anpassen, mit den gleichen Maschinen größere Strukturen bauen und indem wir mehrere Maschinen in Betrieb nehmen, können wir auch sehr viele Raketen bauen mit auch einer sehr guten Qualität. Du nimmst sehr viel diesen Human Factor raus, also menschliche Fehler. Die Herausforderung, auch bei einer Rakete unserer Größe, ist eher die Betriebsbedingungen, die du hast. Also klar, CFK ist ein Werkstoff, der in hoch belasteten Bauteilen verwendet wird, auch in der Luftfahrt, auch im Automobilbereich. Aber die Betriebsbedingungen, die wir haben, sprich vor allem die Temperaturen, mit denen wir arbeiten müssen, sowohl minus 190 Grad Celsius, wo unsere Treibstoffe sind, als auch über 1000 Grad Celsius, da wo unsere Triebwerke sind, das ist eine Herausforderung mit Verbundwerkstoff, weil du eben, wie der Name Verbundwerkstoff sagt, verschiedene Materialien hast, die zusammenkommen in diesem Verbund, die sich bei verschiedenen Temperaturen anders verhalten, sich verschieden ausdehnen und zusammenziehen. Und das ist eine Herausforderung, damit zu arbeiten, die Lagenaufbauten so zu konstruieren, dass das alles zusammenpasst, die richtigen Materialien zu verwenden, gerade auch zum Beispiel mit Flüssigsauerstoff, der tatsächlich mit so ziemlich allem verbrennen möchte, da einen Werkstoff zu finden, der sich damit verträgt. Und das war auch die Herausforderung, die wir von Anfang an als die größte eingeschätzt haben und wirklich viel Zeit und Gehirnschmalz reingesteckt haben, um da die richtigen Kombinationen zu finden und die richtigen Designregeln herauszufinden, wie wir diesen Werkstoff in diesen Bedingungen einsetzen können. Im Internet steht Ende 2023 Start. Ist das weiter Zieltermin für euch? Natürlich. Du siehst unsere Produktion. Die Flight-Hardware ist hier, ist noch ein bisschen, baut noch ein bisschen den Feinschliff, müssen noch ein paar Teile angeschraubt werden, aber dann geht es damit auf unser Launchpad, auf unser Startplatz in Norwegen. Dann machen wir die finalen Tests und dann geht es ab ins Weltall. Megageil. Hier liegen noch ein paar andere Sachen, die auf Flight-Hardware sind. Wir haben da zum Beispiel den Payload-Adapter. Ist der im Prinzip jetzt für eine bestimmte Payload speziell designt oder werdet ihr ihn anpassen? Der ist, so wie du ihn hier siehst, noch völlig generisch gehalten. Also das ist nicht auf eine spezielle Nutzlast angepasst. Das ist sogar nach einem Standard, also die Schnittstelle zu der Nutzlast, haben wir nach einem Standard ausgelegt. Das ist ein amerikanischer Standard, den die vor ein paar Jahren eingeführt haben, um das durch die ganzen US-amerikanischen Raketen irgendwie genormt zu haben, was für eine Schnittstelle angeboten wird für die Nutzlasten, haben wir genau die gleiche drauf. Und da können wir dann weiter adaptieren auf das, was unsere Kunden dann tatsächlich brauchen. Aber der ist jetzt nicht auf eine spezielle Nutzlast ausgelegt. Der ist auch auf, also da kannst du jetzt eine Tonne draufstellen und das Ding mit dir nicht brechen. Das wiegt keine 100 Kilo. Das kannst du, eine Person kann das selber hochheben, du kannst da eine Tonne draufstellen und mit 7, 8 G belasten. Das Ding wird nicht brechen. Ist ja nicht die eine Tonne, die auf das Ding wiegt, sondern im Prinzip 7 Tonnen. Das ist ja richtig. Ja, abgefahren. Microlauncher ist ja so ein bisschen fast schon eine Untertreibung. Also ich meine, ihr wollt eine Tonne in den niedrigen Orbit machen, also damit kann man schon was anfangen. Also es gibt auch institutionelle Nutzlasten, die da interessant wären, mit euch zu starten. Wo seht ihr euch mehr? Denkt ihr, dass es irgendwie einen europäischen institutionellen Markt gibt, den ihr abgrasen könnt? Oder seht ihr mehr so, hey, da ist einfach kommerziell einfach unheimlich viel los und das wollen wir abgrasen? Sowohl als auch. Also es gibt da keine Grenzen. Ich glaube, Europa, gerade im Moment, braucht dringend Autonomie und eigene Launcher, um auch die eigene Mission zu fliegen. Aber ob das kommerziell oder ein staatliches Programm ist, macht für uns keinen Unterschied. Wir wollen eine zuverlässige und kostengünstige und vor allem flexible Lösung anbieten. Und Flexibilität bedeutet auch, man kann sowohl staatliche Programme fliegen als auch kommerzielle. Natürlich haben wir uns darauf konzentriert, die Rakete so zu konzipieren, dass wir vor allem Konstellationen damit auch bedienen können. Und das ist dann eher in der Regel in der kommerziellen Richtung. Aber es gibt keine Grenzen. Und gerade wenn man sich jetzt unseren ersten Start anschaut, das ist eine institutionelle Nutzlast. Das lief ja über das Boost-Programm vom DLR und von der ESA. Das ist institutionell gefördert und das ist eine institutionelle Nutzlast. Also wir haben allen Kunden, haben wir offene Türen. Ich bin vorhin durch die Fertigung gegangen und ich komme ja aus einem fertigenden Bereich. Und mir ist die Kinnlade runtergefallen, was ihr hier für Maschinen stehen habt, weil das ist so das Feinste vom Feinsten. Und das sieht hier alles danach aus, als wollt ihr diese Raketen produzieren wie Cola-Dosen so gefühlt. Also gibt es da eine öffentliche Sache, die du sagen kannst, von wegen wie vielen Raketen die Fertigung hier ausgelegt ist oder was ihr euch so vornehmen wollt? Ich weiß es natürlich, ob ich dir das sagen kann, bin mir tatsächlich nicht sicher. Falls du die Möglichkeit hast, nochmal mit Daniel zu sprechen, frage ihn das nochmal. Okay. Aber ist dir den Eindruck, den man bekommt, dass es hier auf Serienfertigung ausgelegt ist, der Schein drückt nicht? Nein. Also natürlich denken wir schon die Serienfertigung mit und die Industrialisierung. Das ist immer bei uns im Hinterkopf. Im Moment, was wir hier machen, ist Prototypenfertigung. Das heißt, auch in der Produktion ist momentan das Stichwort Flexibilität. Wir wollen in der Lage sein, mit dieser Produktion sehr, sehr schnell unsere Prototypen zu fertigen. Das heißt, ständig iterieren, ständig die Designs anpassen, teilweise während dem Fertigungsprozess nochmal schnell zu dem Techniker an der Maschine gehen und sagen, neue Zeichnung machst du. Die Flexibilität müssen wir haben, aber gleichzeitig müssen wir hier für die Serie schon vorsorgen. Was tatsächlich manchmal verschiedene Prozesse benötigt, aber beides mitgedacht. Und am Ende, sowohl in der Serie als auch jetzt gerade, haben wir immer noch das gleiche Ziel, nämlich möglichst schnell unsere Hardware durch die Produktion bekommen, möglichst schnell iterieren können und dann später möglichst viele Raketen bauen und starten können. Gibt es vielleicht bei der Struktur etwas, wo du sagst, das hat euch am meisten Kopfzerbrechen bereitet oder wo du sagst, okay, das war mehr Arbeit als gedacht? Gute Frage. Ich denke, was wir vorhin schon mal besprochen hatten, diese Karbonstrukturen, insbesondere für die Treibstofftanks, wo wir die verwenden, diese ganzen Betriebsbedingungen, die wir dahinter haben, was ich vorhin beschrieben habe, diese ganzen Tests und die ganzen Designregeln, die wir dafür uns selber erarbeiten mussten. Wir mussten das alles selbst lernen. Wir haben keine Heritage, auf die wir hier in Europa zurückgreifen können, was dieses Thema angeht, zumindest nicht auf die wir zurückgreifen können. Das war eine sehr große Challenge. Die hat uns viele Kopfzerbrechen bereitet, hat uns aber auch viel Spaß bereitet am Ende, weil wir wirklich die gesamte Palette an Dingen sehen konnten, die man mit so einem Werkstoff machen kann. Wir haben teilweise heftige Reaktionen mit Sauerstoff gesehen. Wir haben Feuer gesehen in Umgebungen, wo man Feuer sehen darf, wo wir das tatsächlich auch testen wollten, ob sich etwas entzündet mit Sauerstoff. Es hat viel Spaß gemacht. Es war ein langer Weg zu einem funktionierenden Produkt, aber das haben wir jetzt gefunden und da sind wir auch sehr stolz drauf. Du hast ja an der TU München Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Ich hatte tatsächlich auch mal überlegt, Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren. Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich dachte, ich habe nicht Lust, irgendwelche Fluggesetzgebungen auswendig zu lernen und dann im Prinzip nur eine Schraube zu ändern. Als du angefangen hast zu studieren, hättest du dir träumen lassen, dass du sowas hier machen darfst? Ja, das war auch der Grund, warum ich Luft- und Raumfahrt studiert habe und warum ich nach München gekommen bin. Also für mich war schon vor dem Studium klar, ich will Raketen bauen. Zu dem Zeitpunkt gab es in Deutschland noch nicht so viele Möglichkeiten, aber ich wusste, in München bin ich gut aufgehoben, wenn ich da mal das Studium Luft- und Raumfahrt mache. Und dann hat sich das ergeben, dass ich da unsere Gründer kennengelernt habe an der Uni, wo wir auch schon in Eigenregie Raketen gebaut haben. Die sind noch nicht ins Weltall gegangen, aber das waren Höhenforschungsraketen und daraus ist dann diese Firma entstanden. Also es waren die richtigen Leute am richtigen Ort zur richtigen Zeit, aber dass wir Raketen bauen wollen, ich glaube, das war in dem ganzen Kernteam von dieser Aerospace schon vor dem Studium der Fall. Mega, mega cool, also ein großes Aufruf an alle Leute, die sich technisch interessieren, studiert Luft- und Raumfahrttechnik. Das ist super spannend, es ist wahrscheinlich mit das Härteste, was ihr machen könnt, aber man kann wahrscheinlich auch weniger oder wenig befriedigenderes bauen technisch als eine Rakete, weil wahrscheinlich, was Leistungsdichten angeht, was Gewichte und so weiter angeht, gibt es wahrscheinlich eigentlich nichts, was ansatzweise so herausfordernd ist, was dann aber natürlich auch unheimlich befriedigend ist, wenn man diese Aufgaben lösen kann. Absolut. Man muss bis ans Limit gehen von dem technisch Machbaren und selbst da ist es nicht garantiert, dass die Lösung funktioniert. Man muss kreativ werden, man muss wirklich, wirklich viel Gehirnschmalz reinstecken, aber umso befriedigender ist es am Ende, wenn man dann ein funktionierendes Produkt rausbekommt und sieht, da brennt zum Beispiel ein Triebwerk auf dem Prüfstand mit 90 Kilonewton Schub, mit ein paar tausend Grad Temperatur und du warst derjenige, der irgendwie beteiligt war, sowas auf die Beine zu stellen. Das ist schon unfassbar beeindruckend und unfassbar befriedigend, wie du sagst. Also ich kann es empfehlen. Ganz, ganz großes Neidgefühl gerade bei mir. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich hier eingeladen habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr dir Zeit genommen habt für dieses Interview. Sehr gerne. Und ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen für euren ersten Orbitalflug und bin sehr, sehr, sehr beeindruckt, was ich hier sehen durfte. Vielen Dank. Danke dir.